Ja, guten Morgen. Mein Name ist Dieter Wegel. Ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH. Und wie ihr seht und vielleicht auch hört, es regnet heute und darüber freuen wir uns sehr. Was aber für unsere Geschichte Vitamin Grün und Du Deine Beste Medizin gar nichts macht, denn, rechte Tasche, es gibt eine tolle Übung, die man jederzeit machen kann, nämlich, oh, im Homeoffice. Es gibt eine tolle Übung, wie man wieder runterkommt und wie man daraus positive Energie zieht. Einen schönen Tag euch allen. Ciao. Unsere Kartensets gibt es jetzt auch bei Amazon. Nein, sonst. Tschüss.